Eine Nachricht, die ich mir gewünscht habe. Oliver Pocher geht zu Sat.1. Warum habe ich mir das gewünscht? Weil Sat.1 der Sender ist, den ich nie einschalte. Oder kommt er was? Bin ich Pocher auch los. Und wenn ich einen sehen will, der sich selbst lustig findet, gehe ich rüber zu meinem bekifften Mitbewohner. Morgen geht's weiter. Untertitelung des ZDF, 2020